Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arameksch mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hangaboy. Sandro spielt diesmal Grakas und ich, äh, b-b-trash. Warte, erst mal schauen, was kaufe ich denn? AP, AP, äh, Tank, AD, Tank. Äh, mehr APler, das heißt, ich gehe schon mal dat hier. Ein paar davon. Zwei davon. Gut, in unserem Team haben wir neben mir und Sandro noch einen Mundo, eine Quinn und einen Nasus. Ups. Und dem Gigateam, ihr seht's schon, Vega und der wird ziemlich arschig. Die Wiese ist rein, ne? Immer drauf. Hab's in den letzten Spiel. Ja. Nein. Jetzt wird links. Hey, Fun. Nimmst du mal die Laterne? Nee, ich bin Nasus, ich renne lieber weg. Kann ich auch. Wenn ich den gerucht hätte, ey. Tsch, tschi. Der will. Also meine Taktik ist, versuchen, Vega zu treffen, ranfliegen, E machen, Q machen, weg. Oh, Seelen und Seelen schnabber, äh, schnabberlösen. Hm. Mit die Seelen. Die Devise ist rein. Warte. Warte, ich brauch einen offenen Spot. Die sind mir zu nah am Tower. Der flippt mich in den Tower rein. Die Devise ist rein. Ach, scheiße, war ein Mini natürlich. Guck mal, die Seele. Okay, die Twin, die Bums, ganz schön. Aber beim Late Game können wir sehr viel reißen. Wir haben Nasus und wir haben Mundo. Oh, der will. Seele. Die wollen mich. Ja, kommt mal her. Komm mal her, du. Kleiner dicker Bär, du. Der ist aus der Fassi, Fern. Naja, die will ich ja brauchen. Fassi, wir bringen die nichts, wenn der unterm Tower ist. Einfach mal reingeflayed. Den dicken. Ah, schade. Ich hab dir ein Schild. Ich hab kein Mana mehr. Nice. Wieso skill dich die Kuh? Ich bin doof. Echt jetzt. Oh, Seele. Muted and reported. Aha. Ja. Das wird so nix, Mädels. Holt euch mal lieber die Heilung da hinten, Nasus. Oder du. Echt jetzt, der geht rein. Okay. Call ist da. Loup. Der macht Ulti. Nee. Okay. Easy. Laterne ist draußen. Ich renne auch mal ein feinlichen Stun rein. Ei, 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 ei. Ich hab noch Flay. Ei, ei, ei. So viele Flashes. Das geht ab. Geht ab. Bleib mal hier. Ich hab noch einen. Nee, hast du nicht. Dass er einen Spalte nicht machen kann. Ach so. Erstmal tanzen. Ich geh mal ein Stück. Ja. Ein bisschen Gassi gehen. Mit dem Hund hier. Der da. Das ist viel mehr von mir. Ich will sehen, dann hab ich schon 14. Nein, ich muss mehr Staub saugen hier. Ja, schade. Ha. Ja, schieß auf mich. Hook ist da. Was? Was mit dem Schneewall hab ich den getötet? Jo. Kann man machen. Ich wollte eigentlich hinterher springen. Ohne Mana. Ich bin Mana los. In der Unterhose. Jo. War's bei dir, Munde. Dann will er wieder. Komm mal her. Guter Meteor. Nein, ich hab keinen Mana. Schau mich mal an. Jetzt kann ich wuppen. Oh, die, 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 die will die Quinn. Die will aber richtig. Laterne. Laterne. Ja. Easy. So, erstmal Staubsaugen. Soll ich Startix bauen? Nein. Ne, ich baue schon Volltag. Aber das wäre schon lustig. Er sagt nur Blitzcrank. Trash-Kombo. Hier hast du eine Laterne, du Bongo. Rennen die Laterne. Ist der behindert? Oh, der Meteor macht ja sehr viel Damage. Nicht? Meine Seelen. Gehst du weg. Dein Tod. Nope. Seelen sind worth zu sterben. Wieso alles auf mich draufhauen? Ulti ist raus. No Ult. Da kam der Anker. Von unten, nah, nahe. So. Schuhe. Wieso zum Fick wird mir hier der Kelch empfohlen oder die Vorstufe vom Kelch? Bin ich behindert? Erstmal AP-Trash bauen. Wonderful. Du solltest rennen. Da kommt ein dicker Bär. Der will nur spielen. Puh. Easy kill, aber den kriegst nicht du. Holt dir mal Heilung. Ich bin überlebt. Scheiß, die wandern. Komm ran. Oh, den will ich gar nicht. Ja, Nautilus 4-1. Ist nur ein Nautilus. Was will der Wolli werfen dir? Na, Kragas! Was geht eigentlich Nautilus? Geht dir das Damage? Ne, der geht auch. Magie, Resi. Gegen dich. Na? Quinch, der ist ein bisschen gefährlich. Ne. Okay. Ja. Auf wen soll ich denn gehen? Vega? Ja. Da komm ich nicht ran. Der steht ganz hin. Vergiss es! Bäm! Nein, die Kette! Kette auf Doom! Hier, mich machen wir. Mundo geht hin. Kette ist raus. Ah, schau wieder Mini in den Weg. Alles geht ab. Bäm! Der Kragas mit der Wampe voraus. Staubsauger. Oh, der will nicht. Komm, der ist geslowed. Easy. Der Einzige, der noch steht. Kragas. Der Gwamberde. Äh. Tötet den Dicken! Hast du mich Dic genannt? So. So müsst du... Narses hätte überleben müssen. Dann wäre der Tower jetzt Brei. EU-Kragas. Warte. Challenger Kragas. Wie ist sie? Ja. Mit den dicken Fässern in dein Gesicht. Oh, die Seele hole ich mir. Worth. Die kam von mir. Ja. Von ganz tief. Unten. Schade. Ich bin Willen. Mann, das ist ein Volibear. Ich zone mal ein bisschen. Oh. Bis dann. Nimm die Laterne. Ich hab ein Weger. Nice. An der Kette. So. Das ist der Damage. Das ist real. Lass mal auf die Seavir gehen. Jo. Ich umrenne schon mal den Tower. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Das passt sich für ihr, oder? Das weiß ich nicht. Ja, hat er. Ja, ja. Der will mich totbeißen. Der Tower. Der Tower hat irgendwie Aggro auf mich. Warum auch immer. Ja, ich hab's. Wambel weg. Wambel. Wambel. Hol dir die Heilung da oben. Ah. Easy. So, ich hab jetzt mein erstes Item. Jetzt geh ich auf... Dead Man's Plate. Oder? Was baute ich sie? Wir? Ja. Mehr Movement Speed. Oh, oh. Quinn schluckt aber richtig. So. Wie sieht denn's dazu aus? 1, 3, 8. Oh, oh. Ich hab hier so'n kleinen... Ja, ne. Der ist an der Tür gestorben. Am, am, am. Ah, scheiße. Daneben. Bleib doch mal hier. Gut. Ah, wo schieß ich denn hin? Riss Bitch. Ah, da ist er gedodged. Ja, Trash. Zielen. So. Kommst du? Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Ah, ja. Ich hol' mal den kleinen Wäger hier. Der will aber nicht. Der ist zu feig. Wie sehen die mich? Komm mal her. Einmal was so ausgetestet wahrscheinlich. Dann wohl lieber eine Angel. Auto-T... Alter. Alter. Bleib doch mal hier. Schon wieder ein Stun, ey. Geht mir ein bisschen auf die Eier. Ups. Was war hier denn? Glaub doch mal alle hier im Turm. Jetzt ist es schön warm. Warm und gemütlich. Bist ihr einfach verreckt? So. Dann machen wir das wieder. Hoi, hoi, hoi. Zur ersten Taktik. Hoi, hoi, hoi. Ha. Hoi, hoi, hoi. Mach doch mal die Minions weg mit deinem Scheiß-Fall. Kann ich nicht. Alter, da kommt ein Woli. Wuh. Ferrari wurden... Nein. Nuss gehen. Was hat denn der gezündet? Was hat denn die gebaut? Ach, der hat den gebaut. Righteous Glory. Ja. Ich habe mehr Kills als Nasus. Läuft von mir. Ja. Und weniger Tode. Oder? Ja. Yo, Team. Nein. Nicht erwischt. Alter, die mir noch fast gestorben wäre. Na, kennt man wieder den Busch hier hinten, ne? Tschüss. Warte mal hier. Gehlt dir mal jemand? Gibt's doch nicht, dass... Na, du hast ihn wegschoben. Ja, nur für dich? Näher an dich ran. An den Gwam-Button. Easy. Soll ich sie reinziehen? Erst einen Turm machen. Wirklich. Nope, du bleibst hier. Du bleibst hier. Hier schon wieder ich. Das gibt's doch nicht. Aber habe ich nicht mal getroffen. Erst mal die Heilung klauen. So. 57 Seelen. Bist du gestorben? Ja. Du musst mich sterben lassen. Wie? Ich doch nicht. Doch, denn deine CV als Junge dort eben. Wieso? Wir haben einen Tor bekommen und sie. Und für mich. Geh hin, geh wieder drauf, ey. Da kann man nicht aus dem Sandfeld raus. Wie geil. Wir sind ein bisschen wenige hier. Ich halb zu viert. Ja. 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 Irgendwas habe ich gehuckt, aber es war kein Typ. Hier. Viel Spaß beim Sterben. Keiner will meine Laterne nehmen. Viel Spaß. Bye. Jo. Nee, Woli. Nee, 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 nee. Nee, Woli. Nee, nee, nee. Du willst mich doch gar nicht. Natürlich bin ich tot. Weil der Woli da wieder seinen Ferrari anmacht. Das Bild ist ja voll OP mit Righteous, glaube ich. Right, du's, Glorie. Right, Eos. Taddeus. Wir wissen ja schon. Keine Ahnung, was der für Speed hat. 415. Mhm. Mondo geht aber schön Full Tank. Das haben wir wieder verloren. Nee, haben wir nicht. Mach du einfach mehr Damage. Und Quinn auch. All im Stun. Ihr müsst den Vega killen als allererstes. Guten Tag. Die Dame. Ups. Hab ich daneben gekaut. Weißt du, ich mach mein Damage. Ja, aber die anderen irgendwie. Die sind irgendwie am. Nee, du bleib mal hier. Bleib mal hier. Ich habe da so eine Seele. So, ich gehe jetzt Warmhawks. Auf den Kleinen da. Ja, hab ihn. Ja, hab ihn auch. Der ist rausgeflasht. Laterne, Laterne. Auf die Sivir. Hab ich. Tschüss. Sie ist abgeholt. Jetzt kommt Vega. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Yo. Alle Focus Vega. Focus Vega. Focus Vega. Einfach auf den Vega gehen. Nein, nein. Das ist mir da. Das ist wieder reingerannt. Das ist der wieder drin. Und ich krieg da. Yo. Der Nasus, ey. Der geht aber nur auf den Wege. Ich warte jetzt nur noch auf dich. Heilung. Auf mich. Ja. Ich habe das 11,7. Ja, Quinn und Nasus, unsere anderen Damage-Dealer. Wobei der geht. Doch, der geht ab hier. Einfach full Magic Res. Alter, woher habe ich überhaupt Münze? Äh, das Amulett. Oh, der hat schon. Ach, deswegen ist er so schnell. Mädel, renn. Ich habe gerade ein bisschen Problem. Ach, wir haben Inhib. Nice. Den sehe ich jetzt erst. Gut. So, erstmal wieder gerade hinsetzen. Konzentration. Boller hinzu mit Fässern. Fässer in die Fresse. Ich gehe rein. Na. Ich hole den Stun. Ja, ich hau die mal hier weg. Ja. Ich habe meinen. Ja, mein Battle ist nicht mehr Zidia und kriegen es dann nicht. Ja, das bin ich. Ja. Was ist denn hier los? Der wacht einfach nur mit dem Damage. Komm mal her, du. Dicker. Huh. Hier ist ein Kacke. Ich? Ich habe gehört, er will hier in den Spawn rein. Mich kriegen sie ja nicht down. Alle Einzelnen habt schon recht. Ja, die Quinn geht wieder einzeln rein. Und ich gehe wieder drauf durch sie. Ah. Ich habe ihn gerade gehuckt. Boah, Quinn, bau doch mal Last Whisper, bitte. Dorians Blades. Mehr Lebensraum vom Lebensraum. Oh, der hat nicht mal Lebensraum irgendwie. Nutz. Oh, oh. Jo, ist geslowed. Der wird auf dich ein Meteor machen. Oder auf C zuerst. Oder Ultior. Jo. Sandro regelt. Guck dir mal, ich sag, brauchst du nicht Rüstung. Gegenteil. Ich war in Tank-Gear. So, okay. Wir brauchen... Wie needs the Damage? Der will dich, oder? Der macht gleich Ritehouse Glory und seine Münze. Ja. Hallo. Ich hoffe, zieh dich, du dicker Bär. Verzieh dich, du dicker Bär. Ja, aber da kommt ein Ulti auf mich. Ich flieg mal hinterher. Uh. Tschüss. Ich habe dir gerade den Arsch gerettet. Komm doch mal zurück, Sandro. Hier. Nein. Wir haben zu wenig Damage. Du musst Damage geben, nicht Tank. Schau mal, der holt euch alle Einzelnen ab. Uh. Mundu. Dead Moves. Jetzt kommt Beheger. Nein. Nimm euch gleich wegdashen. Was gegeben. Der Kwamber, der ist tot. Rückzug. Retreat. Nicht ins Dunrennen. Okay. Alter, der Mundu hält aber sehr wenig aus, obwohl der Full-Tank ist. Achso. Ja. Der geht nur magiere, sie. Gigi. So. Das ist immer ein Kackbind in den Weg, wenn ich hucken will. Naja, bleib mal duschen im Stumpf. Ich hole mir nur die Seelen. Ach, da hinten liegen Seelen, Wartmann. Oh, die jetzt Lars Whisper? Na ja, Bautze. Spitzagaz schon mal. Oh, oh. Oh, oh. Wo rennt der hin? Hihi. Den wollte ich nicht. Oh, scheiße. Okay, was dann. Hab sie. Jetzt mach was. Ja, da fehlt der Damage, ne? Oder ich mach's. Oh, okay. Ich bin tot. Wie er uns kiten will, ey. Sag mal hier, Digga. Hat sie da auch. Ich hole mal kurz die Heilung da unten. Wie lang braucht ihr für den? Das ist ein verkackter Nasus. Ja, ich hole mal die Heilung da unten. Ach, die los. Die, die sie klauen will. Alter, du brauchst Stunden, Nasus, ne? Ich hau da mal ab, ne? Du stirbst jetzt, Nasus. Zehn Jahre auf dem draufgekloppt. Ja, aber schön. Ja. Aber sieben wir das hier drauf jetzt. Ja. Nein. Heilung. Höh. Aber wenn Mundo wieder fünf Jahre braucht. Ach, Mundo. Nur die Siebe killt dich. Hör mal auf zu farmen. Und ballern fast davor. Boom. Wenn du jetzt ab hier gegangen wärst, dann hättest du jetzt die alle weggemacht. Ja, nehm doch. Full AP. Okay, wir haben keinen gescheiten Brave Clear. Gut, dann starte ich's. Ne, ich mach jetzt nicht. Ich geh jetzt mehr auf, ich glaub die Siebe ballert mehr als der Vega, oder? Ja. Dann geh ich mehr auf Rüstung. Und zwar Thornmails. Thornmails. Ich komme. Du bleibst jetzt hier, du dummes Stück. Yo. Yo, Team. Team. Ha. Team. Ja, sie konzentrieren sich auf mich. Das hab ich so gewollt. Zieh dich. Ja, ich mach mal. Nee, du. Nee, du bleib mal hier. Alle ballern sie wieder stundenlang auf dem Nautilus rum. Alter, ich bin dauerhaft entstanden, Alter. Alter, was? Der hat nur 180 Magie. So viel hab ich doch fast auch. Wie viele Stacks hat er in der Nase? Ich seh's grad nicht. 57. Ich kann wundern, dass er kein Damage macht. Alter. Was, Nase ist der Platin? Echt? Der ist Platin. Nee, ich geh da Thornmails gegen Sivir. Ich komme, Mädels, und er stirbt. Ich hab den komischen... Ich hab das Fensteren geklickt, außer ich seh das Fensteren rein. Jo, komm, ran. Da kam wieder ein Mini. Alle auf den Nex, äh, Inhibitor. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ah, wo bin ich? Ich sterb so schnell. Wo ist unser Damage? Den hat Sivir weggemacht und Waker. Wer hat den Sivir weggemacht? Keiner hat Sivir weggemacht. Die lebt doch noch. Ja, nee. Die haben unseren Damage schon. Ach so. Du meinst Gewinn. Ja. Wie man das Damage nennen kann. Jo. Boah, ich hätte Jinks spielen müssen. Jinks Crit. Oh, wie soll. Tanked. Kann ich noch mehr supporten? Wie darfst sie wir... Ja, zu spät. Dancen! Okay. Jo. Kein Damage. Machste nix. Ich bin der Dank. Und der Hooker. Und der Seelenlutscher. Gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir hoffen, du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder als Aram-Action mit dem kleinen, dicken Gewammerten da unten. Natürlich. Der dicke. Holst du dir für den eigentlich auch noch einen Skin? Ah, weiß ich nicht. Oktoberfest Kragas, confirmed. Okay, bis dann. Tschau, Leute. Was soll ich mal hinkaufen? Bis. Yao carbalant. findee nicht. Ja, ganz flog ist. Uh, ich darf mal halt an.